Herzlich Willkommen im Hotel Transylvanien. Dieses Refugium habe ich geschaffen für alle Monster, die sich in der Welt der Schatten aufhalten. Ein Ort, an den Sie und Ihre Familien sich zurückziehen und Sie selbst sein können. Hallo und herzlich Willkommen zum schaurig-schönen Synchronclip des neuen Animationsfilms. Hotel Transylvanien. Guten Morgen Maevee Baby, herzlichen Glückwunsch zu Gershabe. Also es geht um Graf Dracula, der vor Jahren, um seiner Tochter ein behütetes Zuhause zu schaffen, ein Hotel für Monster erschaffen hat, wo Menschen absolut verboten sind. Hallo? Ein Mensch? Wahnsinn, Schloss. Jonathan taucht auf. Ein junger Student, 21 Jahre alt, hat sich halt total verlaufen und landet halt im Hotel Transylvanien und denkt, das ist die Party des Jahres. Denkt sich, wow, war es ein abgefahrenes Kostümfest. Und erst die Wahnsinnskostüme. Jetzt bin ich auch ein Frankensteiner. Wow, wie heißt du? Ich heiße Mavis. Dracus' Tochter ist verliebt in... Eine Menschen! Das macht einfach Ching, so wie es im Film halt auch, wie sie das auch nennen. Das macht Ching. Das passt natürlich Papa Dracula überhaupt nicht. Asimek, Opa! Kinger, weg von meiner Tochter! Wie hast du diesen Ort gefunden? Der hat dann so eine ganze eigene Stimmlage gefunden. Ja, ein gescheiterter Bariton, Sopran, Altsänger, je nachdem. Einen transsylvanischen Akzent. Ja, ja, cool! Sieh mal, mein Herzblut, ich hab dein Lieblingsessen mitgebracht. Voll Zornbrot mit Schreikäse! Voll die Tollwut! Danke, Papst! Johnny, probier mal den Hilfeteig, schmeckt irre. Cool, aber danke, ich bin allergisch auf... Hilfeschrei! Also für mich waren am schwierigsten definitiv die ganzen Schreiszänen. Es gibt so viele Momente, in denen Jonathan gegen irgendwelche Wände kracht. Meine Stimme wurde teilweise extrem strapaziert. Es ist schon so, dass man auch mit dem Körper spielt. Also wenn Mavis auf der Leinwand eine Handbewegung macht, eine ausladende Geste, dann macht man die natürlich mit. Oh, hallo Menschen! Alles klar hier bei euch? Es macht unheimlichen Spaß und es ist auch eine absolut entzückende Figur von ganz verliebt in Wanda. Und pass auf dich auf, Purzelchen! Nimm warme Kleider mit und dein Schwert. Die Figuren, diese Monster sind alle auf ihre eigene Art und Weise so bezaubernd, so originell und witzig. Ich habe wahnsinnig viel gelacht und ich habe mich auch erwischt, wie ich wirklich mehrmals Tränen der Rührung im Auge hatte. Nicht die Fledermaus-Schnutte ziehen! Diesen Film sollte man nicht verpassen, weil es einer der witzigsten und lustigsten Familienkomödien dieses Jahres wird. Der Look ist super, es sieht einfach toll aus, man guckt den gerne. Und natürlich mit Graf Dracula. Und? In 3D. Wir sehen uns im Kino! Verschwingle und komm nie wieder! Sekule, ich soll nie wieder ins Hotel kommen? Was? Ich habe doch dein Gedächtnis mit meinen Kräften gelöscht. Ich habe dir in die Augen gesehen! Vielleicht liegt es dann in Kontaktlinsen. Deine was? Ich nehme sie mal schnell raus. Oh, das ist ja wohl das Ekligste, was ich hier gesehen habe! Ja, gleich habe ich sie.